Der Podcast mit Urs, Alex und Christoph, das bin ich. Wir reden über alles, was falsch, richtig und richtig falsch ist. Und bei dem könnt ihr auch mitmachen. Schreibt uns, über welche Fragen wir hier mal diskutieren sollten. Wie immer geht's los mit den Worten, ist es Sünde? Und dann kommt eure ganz persönliche Ergänzung. Das können Guilty Pleasures sein oder auch die Angewohnheit, ständig Anglizismen zu benutzen. Das können weltbewegende oder ganz persönliche Fragen sein. Schreibt uns an den Kontakt, den ihr in den Shownotes findet. Oder einfach einen Kommentar in dem sozialen Medium, wo ihr eben auf unseren Podcast gestoßen seid. Natürlich sind nicht nur Fragen willkommen, sondern auch Kritik. Und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Derzeit sind wir zu Empfang bei Spotify, Apple Podcasts, Podimo und YouTube. Und da könnt ihr auch die bisherigen Folgen nachhören. Alex, welche Folge hat dir am meisten Spaß gemacht bisher oder war am erkenntnisreichsten? Hat ja manchmal auch nicht so viel mit Spaß zu tun, leider. Tatsächlich die Folge, ob es Sünde ist, in den Zoo zu gehen. War für mich ein Eye-Opener, sozusagen. Habe ich meine Meinung geändert. Urs, wo hast du die meisten Erkenntnisse bisher mitgenommen? Ja, das ist langweiliger. Zoo fand ich tatsächlich auch eine gute Folge. Wer von euch beiden meint, er müsse in der Diskussion gleich besonders klug oder gar pastoral daherquatschen, den trifft der Zorn der pastoralen Hupe. Genau so klingt sie. Und wer am häufigsten diese hat erklingen lassen, der kriegt eine Strafe aufgebrummt, die sich gewaschen hat, meine lieben Freunde. So, jetzt stellen wir noch die kanonische Eieruhr, damit wir irgendwann auch mal zum Punkt kommen. Und dann kann es auch schon losgehen. Heute widmen wir uns einer Frage, die nicht von euch da draußen eingesandt wurde, aber die wir in diesem Kreise höchst spannend fanden, mal zu erörtern. Nämlich diese hier. Ist es Sünde, einen Exorzismus durchzuführen? Jeder, der in den 70er oder 80er Jahren gesehen hat, wie Linda Blair Pater Damien ins Gesicht gekotzt hat, der wusste plötzlich, hups, das ist ja gar nicht die Dornenvögel, sondern der Exorzist. Ein Horrorfilm aus dem Jahre 1973. Aber auch, wer da noch zu jung gewesen ist für solche Filme, der hat, sag ich mal, das Glück, das Thema Exorzismus auch weiter im Kino sehen zu können. Zuletzt zum Beispiel in The Pope's Exorcist von 2023 mit Russell Crowe. Der bedeutende Unterschied zwischen dem Film aus den 70ern und dem mit Russell Crowe ist, der erste ist reine Fiktion, aber Russell Crowe, der spielt einen Pater, den es wirklich gegeben hat. Gabriele Amort heißt er, hieß er, und wurde 1986 von Papst Johannes Paul II. zum Exorzisten der Diözese Rom benannt. Und Papst Franziskus, das ist dieser weltoffene, moderne Papst, so habe ich euch in den letzten Folgen immer richtig verstanden, ja? Der hat 2014 die AIE, die Assoziazione Internationale degli Exorzisti, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus, hat diese nochmal als rechtsfähige Gesellschaft anerkannt. Urs, Alex, ihr seid Diakone. Könntet ihr auch Exorzisten werden? Wenn wir dazu ernannt werden würden, könnten wir das werden. Ich glaube, das ist aber sehr unüblich. Man muss, glaube ich, Priester sein neuerdings. Aber früher gab es ja mehrere Weihestufen auf dem Weg zum Priester. Also, Diakon ist ja eigentlich auch nur eine Vorweihestufe. Also war es zumindest früher, ne? So war es früher. War der Lektor nicht auch eine Vorstufe? Lektor, Messdiener. Es gab vier sogenannte niedere Weihen. Es ging los mit dem Ostiaria, das war der Türsteher. Richtig. Dann kam der Lektor, genau. Dann der Exorzist. Und dann der Akolyt. Das war nochmal der Helfer des Diakons oder des Subdiakons. Und diese vier Weihestufen, niederen Weihestufen, hat man dann mit dem Zweiten Vatikanum abgeschafft. Und übrig geblieben ist bis heute das dreigliedrige Weiheamt. Diakon, Priester, Bischof. Also früher gab es verschiedene Stufen auf dem Wege, dahin Priester zu werden. Und man hat mit der Zeit dann unterschiedliche Aufgaben bekommen und auch unterschiedliche Pflichten gehabt. Deshalb ist der Diakon ja zum Beispiel auch in der Lage zu heiraten und der Priester eben nicht mehr. Also, soweit ich das verstanden habe, eben diese Organisation, die jetzt da gar nicht so lange besteht, die da gegründet wurde und von Franziskus approbiert wurde. Da sind, glaube ich, wirklich nur Priester drin. Da sind nur Priester drin. Aber eigentlich, wenn man jetzt von der Logik her kommt und sagt, naja, der Exorzist war eigentlich eine Weihestufe vor dem Diakon, müsste das auch möglich sein. Aber da kommen wir bestimmt später noch zu. Es gibt ja den kleinen Exorzismus und den großen Exorzismus. So wie beim Latino. Holen wir nochmal die Hörerinnen und Hörer rein, die eventuell wissen, ja, habe ich mal gehört, das ist ein Horrorfilm, aber hat mich nie sonderlich interessiert. Was ist ein Exorzismus? Könnt ihr das kurz erklären? Ein Exorzismus wird durchgeführt an Menschen, die sich besessen fühlen. Die besessen sind vom Bösen, von einem Dämon, von einer teuflischen Bösenmacht. Und das Wort Exorzismus stammt aus dem Griechischen und meint das Hinausbeschwören. Oder nein, doch, das Hinausbeschwören, das Hinaustreiben dieses unreinen Geistes. Also viele hundert Jahre war dafür natürlich dann ein Priester oder eben in der Vorstufe ein Exorzist zuständig. Und das sind doch aber, wenn wir jetzt mit unseren Augen von heute drauf gucken, sicherlich in der Vielzahl Menschen gewesen, die eine psychische Erkrankung hatten, oder nicht? Also man muss ja, wenn man ganz weit zurückgeht, wenn man ganz weit zurückgeht, damals, also Urkirche, kurz nach Jesus' ersten zwei Jahrhunderte, war das ein wichtiger Teil in der Vorbereitung darauf, getauft zu werden. Also früher wurden die ja nur getauft als Erwachsene. Da gab es ja die Kindertaufe nicht. Und eine vor... Ach, und vorher musste das Böse einmal raus. Genau, vorher musste das Böse einmal raus. Und das war sozusagen die offizielle Definition. Rituelle Vertreibung böser Mächte und Geister aus Lebewesen und Gegenständen. Wohlgemerkt, das ging auch. Und deshalb hat das auch so ein verhältnismäßig niedriger Weihegrad gemacht. Weil ich denke, die ganze Zeit großer Exorzismus ist doch ein Riesen, ein ganz großes Aufhebens und so weiter. Also bevor du die heilige Taufe empfängst, haben wir erstmal dafür gesorgt, dass auch die ganzen bösen Einflüsse, die vielleicht in dir sind, weil du mal Balsanhänger warst oder irgendeinen polytheistischen Glauben hattest, das spülen wir mal aus dir raus. Und das war ja ein Teil der Vorbereitung sozusagen, auch nicht nur rituell, sondern es war sozusagen auch, guck mal, das, was du da vorher geglaubt hast, das ist ganz schädlich, des und deswegen. Also auch ein Teil von, sagen wir mal, christlicher Bildung, wenn man so will. Und das hat sich dann aber über die Jahrhunderte zu etwas anderem entwickelt. Aber deswegen kann man da am Anfang, war das mit den psychisch bestärkten... Also man muss sagen, Reinigung von den falschen Vorstellungen. Reinigung von den falschen Vorstellungen, wenn man es christlich sieht, ja. Ganz genau, ganz genau. Jetzt verstehen wir aber darunter ja ein Vorgehen, das so monströs ist, dass es eben zur Handlung von Horrorfilmen gereicht. Warum macht die katholische Kirche das noch? Also weil es eine Nachfrage gibt. Weil es eine Nachfrage gibt. Also in Italien zum Beispiel fragen 500.000 Menschen pro Jahr nach einem Exorzismus. Heute Morgen, da saß ich noch in unserer Konferenz, Öffentlichkeitsarbeitskonferenz. Und da kam auch jemand und sagte, wir haben hier eine Anfrage bekommen, wer denn der offizielle Exorzist im Bistum Osnabrück ist. Jemand möchte mit dem sprechen und dem einen Fall vortragen. Das ist vielleicht jetzt in den Jahren, wo ich da arbeite, zum zweiten Mal passiert. Aber es gibt eine Nachfrage. Und es ist sogar so, dass die offizielle Regelung ist, jedes Bistum muss einen Exorzisten vorhalten, falls jemand kommt und mit dem reden will. Und tatsächlich hat das auch diese Gründung dieser Organisation, die du eben erwähnt hast vom Papst, hat das folgenden Grund, den es öfter mal in der Kirche gibt. Die sagen, wir regulieren das lieber, bevor die Leute das selber machen. Bevor die Leute selber auf die Idee kommen, ich treib mal bei Oma den Teufel aus, sagen die, no, 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 no. Wir schicken jemanden, der kennt sich damit aus. Und in Westeuropa läuft die Sache dann in der Regel so, dass die Leute sagen, ja, was ist denn mit der Oma? Ach so und so? Ja, gehen Sie mal zum Psychologen, gehen Sie mal zum Psychiater, damit du eine offizielle Stelle hast, die dir sagt, wenn du so drauf bist, die dir sagt, nein, das ist nicht der Teufel, das ist was anderes. Und das ist auch wichtig für jeden Exorzisten, der muss vorher, ob das jeder macht, ist die Frage, aber die offizielle Regel ist, der muss vorher prüfen, ist es denn ein Dämon oder ist es eine psychische Erkrankung? Und wenn es eine psychische Erkrankung ist, das macht diese Organisation auch, die schult ihre Mitglieder auch psychologisch. Und die müssen dann gucken, ist es eine Erkrankung? Dann gehen Sie bitte zum Fachmann, zur Fachfrau. Oder ist es was anderes? Dann kommen wir. Ich stelle mir tatsächlich die Frage, ob diese ständige Verfilmung oder diese Verfilmungen dieses Themas auch dazu beitragen, dass diese Idee, ja, da wird ein Exorzismus benötigt, aufrecht erhalten wird. Also, sagen wir mal, der Exorzist aus dem Jahr? 73. 73, so. Da gab es ja auch weitere Teile, die haben es nie so geschafft. Ja, ja, ich glaube zwei, drei oder vier. Genau. Dann habe ich noch gesehen den Film der Exorzismus der Emily Rose. Es gibt aber vor allen Dingen noch verschiedene Verfilmungen der Geschichte um Anneliese Michel. Und das ist doch Emily Rose, oder nicht? Also, Anneliese Michel, nicht Emily Rose, aber... Emily Rose greift die Geschichte auf. Greift die Geschichte auf, genau. Anneliese Michel starb 1976 im Alter von 23 Jahren an den Folgen extremer Unterernährung. Große Aufmerksamkeit erregte der Todesfall, weil in den Monaten vor ihrem Tod zwei römisch-katholische Priester insgesamt 67 Mal den großen Exorzismus an ihr vollzogen hatten. Und ich bin immer wieder überrascht. Ich muss ja zugeben, ich gucke die ganz gerne, diese Filme. Aber das eigentliche Thema oder der Plot ist immer und immer wieder derselbe, oder? Die Geschichte wird nicht alt, aber scheinbar lässt sich gutes Geld damit verdienen in Hollywood, bis heute dieses Thema immer und immer wieder zu verfilmen. Und möglicherweise bleibt dadurch auch etwas lebendig an Vorstellungen von, ich kenne da wen, der braucht einen Exorzismus. Oder ich komme selber auf die Idee, ja, ich glaube, ich habe das auch. Doch, ich brauche einen Exorzismus. Ich bin skeptisch. Wir kommen an eine Stelle, an der wir bisher noch nicht so richtig gewesen sind. Wir haben in den letzten Folgen sehr viel über euren Glauben gesprochen, über Katholizismus, wie man miteinander umgehen soll, was die Bibel bedeutet fürs soziale Umgehen, vielleicht miteinander. Wir haben noch nicht über das gesprochen, was für viele Leute auch dazu gehört, ist eben eine gewisse Vorstellung von einer unsichtbaren Welt. Wie ist das bei dir, Alex? Ist das für dich als Westeuropäer totaler Mumpitz? Oder wie gehst du damit um, wenn Leute sagen, ja, ich glaube, es gibt Dämonen? Ich glaube, es ist entscheidend, auch hier nach den Bildern zu fragen. Also wir Menschen, wir neigen ja dazu, Kräfte, Dinge, die wir in uns spüren, an uns spüren, schnell auch zu personifizieren. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich bin fest davon überzeugt, dass es in der Welt... Du meinst sowas wie ganz harmlos, ach, wo ist denn der Schlüssel, wo hat der blöde Schlüssel sich denn versteckt? Da geht es schon los, dass wir Dingen sogar schon so ganz harmlos personifizieren. Ja, und wenn wir zum Beispiel auch an das Böse denken, Satan als das personifizierte Böse, es gibt ja viele bildgewaltige Darstellungen von diesem Oberdämon. Ich glaube, da kommt viel zusammen. Also wir brauchen so eine Bündelung unserer mitunter auch diffusen Vorstellungen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es natürlich böse Mächte gibt, dass es etwas Böses auch in der Welt gibt. Aber das hat keine Hörner für dich und einen Pferdefuß. Ganz genau. Aber ich verstehe, dass es hilfreich sein mag, diese Bilder zu bedienen oder diese Bilder zu sehen. Ich persönlich brauche die nicht. Aber wann kann es hilfreich werden? Weil ich kann mir jetzt nur Beispiele vorstellen, wo es irgendwann schädlich wird, wenn man das so stark personifiziert, dass man denkt, der Teufel und Dämonen sind hinter mir her. Und damit bin ich beim Thema. Das ist auch genau mein Problem. Also den Dämon auszutreiben, etwas auszutreiben, was ungewollt von mir Besitz ergriffen hat, das befreit mich ja, beziehungsweise das entlässt mich oder den Menschen einfach zu schnell auch aus der eigenen Freiheit. Ich konnte ja gar nichts dafür. Etwas Böses hat sich meiner bemächtigt und das muss jetzt raus. Also ein bisschen meinst du, wie wenn man vom Dämon Alkohol spricht. Ja, zum Beispiel. Der dich nicht in Besitz genommen hat, sondern du hast schön selber gesoffen. Ja, du hast schön selber gesoffen und du bist einfach auch selbst dafür verantwortlich. Also nochmal, es ist ein Krankheitsbild. Völlig klar. Ich mache mich hier nicht lustig. Aber es entlässt aus meiner Sicht den Menschen zu schnell aus der eigenen Verantwortung, sich um diese ja, teuflischen Kräfte, nennen wir es doch ruhig mal so, zu kümmern. Absolut. Absolut. Ich glaube auch, es gibt ja immer diese Sachen, ich habe jetzt dieses und jenes gemacht und das bin ja gar nicht ich. Das bin ja gar nicht ich, genau. Das bin ja gar nicht ich. Das hört man auch in ganz vielen Produktionen. Ich habe den geschlagen, das bin ja gar nicht ich. Ich war total besoffen, habe gekotzt, das bin ja gar nicht ich. Oder, und ich glaube, auch wenn das wieder vielleicht ein bisschen vom Thema weggeht, aber das ist auch eine Diskussion rund um die Verbrechen, die grauenhaften Verbrechen des Nationalsozialismus, dass man da immer so tut, als wäre das was Dämonisches, nicht Menschliches gewesen. Das hat man, glaube ich, in der sogenannten Aufarbeitung dieser Zeit auch immer gemacht. Und indem man es zu etwas Dämonischem macht und sagt, es ist nichts Menschliches, hat es nichts mit mir zu tun. Ja, denk das mal weiter. Genau, ich bin verführt worden. Ich bin von irgendwas besessen. Das hat ja mich verrückt gemacht. Das bin ja nicht ich gewesen. Und das ist, neben vielen Problemen, die das hat, das ist mein Hauptproblem mit diesem Denken an Dämonen. Nicht, weil ich denke, die sind ja blöd, weil die an Dämonen glauben, sondern weil es dich entlastet für Dinge, für die du nicht entlastet werden solltest. Sondern wo du dich eigentlich auseinandersetzen kommst, wo ich mich auseinandersetzen muss. Aber wir kennen das ja auch im Kleinen, der innere Schweinehund. Der innere Schweinehund ist ja auch eigentlich ein Dämon. Das ist jetzt nicht so, sondern das ist einer, der verführt mich, ein kleiner Fieser, der macht was mit mir. Aber ich bin das ja nicht, sondern der innere Schweinehund. Der hat's ja gemacht. Also wir neigen da alle zu. Wir machen das jetzt nicht mehr so dramatisch überhöht. Aber ich würde sagen, wir sind da gar nicht so weit weg von. Also du, finde ich, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Also du meinst, diese Vorstellung, es gibt solche Mächte, die einen beeinflussen und auf die man auch ein bisschen die Schuld abschieben kann, ist auch, wenn man mit Christentum gar nichts mehr am Hut hat, gar nicht vorbei, sondern in solchen Beispielen wie dem inneren Schweinehund, auf den man sowas hinschiebt, ist dieser Glauben irgendwie noch da. Ja genau. Oder die Erziehung, also das ist ja immer so eine Sache, das ist damals mit mir gemacht worden und so weiter. Natürlich nimmt man Schaden im Laufe des Lebens und es haben Dinge auf einen Einfluss. Und natürlich ist es auch wichtig, das anzugucken, wo das alles herkommt. Alles gut, aber das nimmt dich überhaupt nicht aus der Verantwortung. Das ist fies im Leben, aber es nimmt dich gar nichts aus der persönlichen Verantwortung. Genau, ich beschreibe mal einen, oder wir können ja auch mal in die andere Richtung gehen. Ich glaube zum Beispiel auch an Engel. Ich glaube nicht an gefiederte, beflügelte Wesen, die zwischen Himmel und Erde umherschweben, das nicht. Aber ich bin in meinem Leben mit Sicherheit schon vielen Engeln begegnet. Nämlich Menschen, die sich in einer bestimmten Situation mit mir auseinandergesetzt haben, mir begegnet sind und mich herausgefordert haben, die mir etwas Gutes gesagt haben, die mir gut getan haben und quasi wie Engel auf mich gewirkt haben. Oder ein anderer Punkt. Leute, es klingt nur sehr, sehr heilig, wenn du sagst, dass du Engeln begegnet bist. Aber ich verstehe es. Ja, ich möchte das Bild beschreiben. Also genauso wie ich den Schweinehund nennen könnte als irgendeine personifizierte, böse Kraft, kann ich ja auch von Engeln sprechen. Ja, ja. Oder ich glaube zum Beispiel auch an Zaubersprüche. Ja? Also, wenn mir Menschen sagen oder gesagt haben, pass mal auf, so wie ich dich kenne, das schaffst du eh nicht, könnte ich sagen, das hat was von schwarzer Magie. Natürlich jetzt im übertragenen Sinne. Das geht ja. Es gibt ja in anderen Kontexten andere Begriffe für, die vielleicht nicht so spinnert klingen wie Zaubersprüche. Self-fulfilling prophecy ist der eine und Mantra ist der andere vielleicht. Um für ein positives Selbstprogrammieren oder Selbstbezaubern mit einer Idee. Ich weiß, wenn meine Oma damals, wenn ich eine Mathearbeit schreiben musste, habe ich glaube ich schon mal gebracht, das Beispiel, dann brannte die Kerze. Ja. Ja, und so, ne? Ja, ganz wichtig. Kerze anzünden für Leute. Früher bei der Arbeit, als ich in so einem Bildungshaus gearbeitet war, da hat die Sekretärin immer, wenn dann Praktikanten oder so da waren, die eine Prüfung hatten, da stand immer eine Riesenkerze auf deren Schreibtisch und dann kam in der Verbrauchung und gefragt, wer hat denn heute eine Prüfung? Oder auch wenn die Zivis irgendwie Führerschein gemacht haben oder so, brannte immer eine Kerze und die allermeisten fanden das zumindest rührend, wenn ich irgendwie wichtig zu denken, ah, da brennt ein Licht für mich. Ja, und noch mehr. Und also, es hat ja nichts gebracht bei mir nicht, ne? Also, trotzdem Fünfen geschrieben in Mathe und schlechter. Und wenn ich dann, Ja, weil Gott das so wollte. Weil Gott das so wollte. Weil der gesagt hat, ja, Alex, hier, so. Ja, ja. Und wenn ich dann nach Hause kam und sagen muss, oder Oma fragte, oder hat eigentlich gar nicht mehr gefragt oder ich hab erzählt, ja, da haben wir doch nichts, dann sagte sie, ja, dann war die Kerze kaputt. Also, und das sind, das sind, das ist so toll. Und da kommen ganz viele Sachen zusammen, Es geht nicht um die Kerze, es geht um ein Bild, Oma als Engel in dem Fall und ein Zauberspruch, ne? Hör mal, das schaffst du schon. Auch wenn wir da immer weiter vom Thema weggehen, trotzdem, das Wichtige, das macht den Unterschied zwischen Beten und Zauberei. Ja, eben. Das, und das finden viele ja, das ist eine Ausrede, aber das ist eigentlich schon immer so gewesen, wenn man gesagt hat, nee, Beten ist eben kein Zauberspruch. Beten ist eben kein Zauberspruch, weil es nie, nie gesagt wurde, es wird erfüllt, was da passiert. Das ist eine Sache, die passiert automatisch. Du machst das und dann passiert das. Genau. Wir kommen nochmal zur ursprünglichen Frage dieses Podcasts zurück, denn wir haben da Exorzismus in den Titel reingeschrieben, jetzt wollen die Leute auch Exorzismus haben. Also, was passiert bei einem Exorzismus? Was ist ein kleiner, was ist ein großer Exorzismus? Also, der Hauptunterschied zwischen klein und groß ist, der kleine Exorzismus, da werden die allermeisten Leute sehr enttäuscht, da könntest du auch wenig Filme draus machen. Das ist einfach ein Gebet, auch ein längeres Gebet oder weniger Gebet, das kann, glaube ich, auch, das habe ich, glaube ich, wirklich auch gelesen, das kann auch wirklich jeder machen. Du kannst halt ... Das fände ich super, wenn es einen Kinofilm gibt, der kleine Exorzismus ... Ja, ist auch schnell vorbei. Kurzfilm. Also, das kannst du dann beten und dann betest du dafür, würden vielleicht auch viele gar nicht so erkennen, dass es den Menschen besser geht, dass er von den schlechten Eigenschaften ablassen soll und so weiter. Das ist ein kleiner Exorzismus. Der große Exorzismus, der ganz große Unterschied ist, da sprechen die Leute, das ist auch bei den furchtbaren Aufnahmen, was Anneliese Michel, die wir da haben, passiert, da sprechen die oder da spricht der Exorzist oder in dem Fall waren es ja ein paar mehr, spricht der Exorzist mit dem Dämon und fragt ihn nach seinem Namen, woher kommst du, was ist dein Auftrag, fahr aus aus dieser Person und das ist der Punkt, wo du ja auch am Anfang warst, wo man Leute, die eine schwere Störung haben, darin bestärkt, dass sie eine haben, indem man sagt, und die antworten dann auch, da gibt es ja auch diese Aufnahmen, wo die nicht so sprechen, ich bin's gewagt, und dann sowas, und die dann spucken auf das Kreuz und auf die Hostie und so und dann da durchdrehen und der andere Exorzist, der ist ja auch in dem Prozess drin, das sieht man auch bei diesen ganzen Aufnahmen, der geht dann mit und macht noch mehr und spricht mit den Leuten. Auch da gibt es deswegen seit 1999 einen vorgegebenen Text auf Latein, der dauert eine Stunde, den man beten soll. Eine Stunde, auch das wäre kein Kinoerfolg. Aber das ist der Hauptunterschied, beim großen Exorzismus sprichst du mit dem Dämon, ich mache Anführungszeichen, beim kleinen Betest du einfach nur. Ich habe hier ein Beispiel von Jörg Müller. Jörg Müller ist katholischer Priester und einer von wenigen Geistlichen in Deutschland, die sich dazu bekennen, Exorzismen durchzuführen. Und er wird in einem längeren Interview auch natürlich gefragt, wie sieht denn eigentlich ein Exorzismus in Wahrheit aus? Und er sagt, naja, der vermutet Besessene wird mit Weihwasser besprengt, ihm wird ein Kreuz vorgehalten, dann wird gebetet und der Befehl erteilt, verschwinde im Namen Gottes. Das kann bis zu einer halben Stunde dauern, doch noch bevor das alles passiert, sagt er, wird erst einmal geklärt, ob nicht etwa eine psychische Erkrankung vorliegt. Das ist genau das, was du gerade schon erwähnt hast. Erst wenn alle medizinischen Untersuchungen ergebnislos bleiben, es aber Symptome gibt, die auf eine Besessenheit schließen lassen, kommt ein Exorzismus überhaupt in Frage. So, und dann wird er gefragt, also Jörg Müller, und wie genau gehen Sie vor? Und dann, da muss sich schon etwas schmunzeln, da sagt er, naja, ich bete still und der Patient weiß nichts davon. Wenn er besessen ist, rührt sich jetzt etwas. Und dann behaupte ich, ich bete, tue es aber nicht und warte ab, was geschieht. Ich behaupte, ich bespritze den Patienten mit Weihwasser, es ist aber kein Weihwasser. Ich teste also, ob der Patient sich selbst und uns belügt oder nicht. Zeigt der Reaktionen, wenn ich blöffe, braucht es keinen Exorzismus und das ist in den meisten Fällen so, sagt er. Die meisten Leute brauchen keinen Exorzismus, sondern eine Therapie. Ich habe von Leuten, die Exorzismen durchführen, jetzt zwei mögliche Bilder. Ich kann mir entweder vorstellen, das sind Priester, die ein Interesse daran haben, psychisch kranken Menschen zu helfen, aber auch sehen, die brauchen eventuell diesen, Verzeihung, Hokus-Pokus der Kirche oder die brauchen dieses Ritual, weil sie vielleicht aus so einer Prägung kommen und wirklich, dass denen das wirklich helfen kann, dass sie denken, komm, jetzt ist der Dämon schon mal besiegt und dann sorge ich schnell dafür, dass die in psychiatrische Behandlung kommen. Und die andere Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, sind absolut engstirnige, alte, verzeiht mir, dass ich da jetzt so ein stereotypes Bild male, Priester, die wirklich denken, da ist eine böse Macht in der Welt, die vielleicht tatsächlich so eine Pferdefuß-Vorstellung vom Teufel haben und die sagen, ja und jetzt, da kann die Wissenschaft auch nicht helfen. Ja und das lädt natürlich auch das Priesterbild nochmal wieder ganz wunderbar auf. Du wirst ja zu einem, haben wir es wieder, zu einem magisch begabten Wesen. Zum Superheld. Ja, zum Superheld. Ghostbuster könnte man auch sagen. Ja, ja, ganz genau. Was glaubst du? Welche, was für Leute sind das? Also, wenn die das jetzt hören, das gibt es übrigens auch viele Junge. Also das heißt, unter den Jungen gibt es davon prozentual relativ viele, die auch das glauben. Mit denen chatte ich auch über meine Hände. Sag doch mal, die was glauben. Es gibt Dämonen, ganz real Dämonen. Es gibt ganz real als Person, als reale Person den Teufel. Die in einen Körper einfahren können und dann daraus reden können. Es gibt ganz real den Teufel und das Hauptgegenargument, wenn man es so nennen will, von dieser Seite ist, das ist der größte Trick des Teufels, dass er uns glauben macht, es gäbe ihn nicht. Und dafür, und deswegen sind die Tür, sind ihm Tür und Tor geöffnet, zu schalten und zu walten, wie er will. Und wir sind die Letzten, und das glaube ich auch, die glauben, wir sind die Einzigen, die es noch ernst nehmen. Wir sind die Einzigen, die die Gefahr sehen und wir tun was. Wir tun was, während die ganzen anderen verblendet und dumm da herumsitzen und nicht merken, was los ist. Und deswegen tun wir was und handeln gegen dieses Wirken des Teufels. Was ich eingangs so gesagt habe über den Papst, dass er quasi diese Organisation offiziell bestätigt hat, ist das jetzt gut oder schlecht? Ist das ein Wirken des Vatikanen, um zu sagen, dann können wir das wenigstens besser kontrollieren, dass da kein Schindluder mitgetrieben wird? Ich glaube ja, das ist auf jeden Fall ein Teil der Veranstaltung, zu sagen, wir wissen dann jetzt, wo die sind und wir haben die so ein bisschen unter Kontrolle. Und wir bestimmen dann auch, wer Exorzist ist und wer nicht? Genau. Und wir wissen, wo die sich treffen und die müssen jährliche Fortbildungen machen in Rom. Und da werden auch Leute hingeschickt und da werden, wenn man die Liste anguckt, da kommen Psychotherapeuten, Psychiaterinnen und Psychiater und so weiter, die mit denen Fortbildungen machen und gucken, das ist das, das ist das, dass die auch Bescheid wissen. Das ist ein Teil der ganzen Geschichte. Und es gibt aber noch einen anderen Teil, der heißt, die Kirche verliert ja massig an Mitgliedern, aber eben nicht nur an den Atheismus oder an der sozusagen, den Leuten ist es egal, sondern in Südamerika und anderen Teilen der Welt ganz stark an die Pfingstbewegung. Also an Leute, Freikirchler könnte man sagen, die solche Dinge gerne und viel tun. Die Pfingstbewegung ist eine evangelikale Bewegung, charismatisch nennt man das auch. Also für Leute, die eher so einen Glauben suchen, der, ja, wie kann man das sagen? Ja, also da ist viel Action im Gottesdienst, da wird viel getanzt, viel gesungen, das dauert sehr lange, da werden immer noch sehr, sehr ausdruckscharke Bilder benutzt. Aber um das aufzugreifen, was Alex gesagt hat, diese Personifikation der guten und bösen Kräfte ist da sehr gegenwärtig. Genau. Und wenn die kommen und die Leute sagen, ja, ich hätte gern, da ist hier der Teufel am Werk, ein Dämon, bitte austreiben. und du sagst, ja, vielleicht ist es ja eine psychische Störung und so weiter, dann sagen die, hä, du sollst hier was machen. Und dann die Pfingstbewegung oder viele in der Pfingstbewegung, nicht alle, aber viele in der Pfingstbewegung in gewissen Teilen der Welt sagen, ja, klar, machen wir, fangen wir jetzt mit an, los, Exorzismus, auf geht's. Und das ist tatsächlich, hat ein Teil, dass das in Teilen wieder erstarkt ist, hat was mit Konkurrenzsituationen zu tun, weil die Kirche merkt, es gibt eine Nachfrage in gewissen Teilen der Welt. Bei uns spielt das quasi keine Rolle. Aber in anderen Teilen der Welt schon. Das ist Teil, also sagen einige Kommentatoren, Kommentatorin, dass der Papst das approbiert hat, also gesagt hat, es ist eine Reaktion auch auf diese Entwicklung. Da gibt es ja auch ganz furchtbare Szenen tatsächlich in US-amerikanischen Freikirchen zum Beispiel. Es gibt Mitschnitte auf YouTube, also Vorsicht, da müssen wir vielleicht auch mal eine Triggerwarnung aussprechen. Unbedingt. Zeigen hysterische Menschen, Massen, einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die kollabieren dann bei diesen Veranstaltungen, erleiden Krampfanfälle, während ein Priester voller Inbrunst irgendwelche Gebete in die Menge schreit. Also da sagt auch ganz klar nochmal Jörg Müller, das sind keine Exorzismen und sowas ist einfach nur eine Vermarktung und gesundheitsgefährdend. Ich habe noch eine ganz, ganz andere Frage an euch. Ich denke gerade an Ostern und ich denke an diesen Herrn, auf dem die ganze Sache beruht, über die wir sprechen, ist mit Ostern nicht das Böse besiegt? Warum haben wir immer noch dann mit Dämonen zu kämpfen und kann man denen nicht einfach sagen, nee, Entschuldigung, ist ja alles durch. Jesus ist doch für die Sünden gestorben und jetzt ist alles gut. Ja, das ist mein Reden, wenn ich mit Leuten diskutiere, die mir immer mit dem Teufel kommen und so, da habe ich gesagt, ja, aber wir haben ja schon den Pokal gewonnen. Endspiel ist durch, Jesus hat gewonnen, alles klar, der Sieg ist herungen. Dann sagen die, ja, guck mal in die Welt, es verhungern Leute, es gibt Seuchen und so weiter, es gibt auch, es gibt Krieg. Aber das ist jetzt deine Lesart, Urs, ist das denn auch offizielle Lesart? Also was ist es, gibt es das Böse noch oder gibt es das nicht mehr aus theologischer Sicht? Ja, das Böse gibt es noch, es gibt böse Kräfte, die auch wirken, ganz klar, aber wie du schon sagst, durch Jesus Christus glauben wir daran, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Es ist besiegt. Ja. Es ist besiegt und sozusagen das, was wir am Bösen noch erleben, ist sozusagen nur noch, der Stein ist mal ins Wasser geworfen worden und was wir erleben, sind die Wellen noch, die noch da sind, weil die Auswirkungen sozusagen bis hierhin reichen, aber eigentlich ist es besiegt. Das ist natürlich für Leute, die Opfer von einem Raubüberfall werden und so ein sehr schwacher Trost. Das weiß ich wohl auch. Tja, damit ist die Zeit abgelaufen, meine Herren. Wir kommen zur Abstimmung. Ist es Sünde, einen Exorzismus durchzuführen? Urs? Kleiner Exorzismus, nein. Großer Exorzismus, ja. Alex? Nein, keine Sünde. Vielen Dank. Dann schauen wir noch auf die pastoralen Hupen, die ertönten in dieser Folge. Eine für Alex und eine für Urs. Das heißt, ihr dürft jeweils dem anderen ein Wort aufbrummen, das er in der nächsten Folge einbauen muss, nämlich Urs. Lampenschirm. Sehr schön. Alex? Mückenspray. Haha, großartig. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Die hat den Titel. Ist es Sünde, Heavy Metal zu hören? Bis dahin, alles Gute, Tschüss. Ist es Sünde? 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 Ja, also, Hüfte Mühe. Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik? Johannes Kras. Engelsgleiche Stimme? Manuela Reiser. Ton und Schnitt? Johannes Kasser.